Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video, das ist nur ein ganz ganz kurzes Video und zwar möchte ich euch ja einen Fail zeigen, der mir gerade passiert ist in Food Champions und ich dachte mir nur so, äh, bruh, was ist das jetzt für eine Scheiße, aber ich zeige euch das Ganze einfach mal, wir spielen den Clip ab und ihr seht hier ganz normales Food Champions Spiel, ich bin 2-1 vorne, ja, Passkombination, pipapo, erobert jetzt den Ball, spielt den vor und dann begehe ich einen Foul, ja, dann kommt die ganz normale Diskussion mit dem Schiedsrichter, alles ganz normal, gibt die gelbe Karte, und ja, was jetzt gleich passiert ist, absolut genial, er stellt einfach eine Mauer auf, äh, what the fuck, beziehungsweise es ist einfach eine Mauer dann da, so weit vorne und dadurch bekomme ich dann das Tor, Leute, was ist das für eine Scheiße, oh mein Gott, wie kann man bitte auf der Mittlauflage eine Mauer aufstellen, ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gedrückt habe oder so, aber auf einmal war das so, ich konnte nichts ändern und im Gegenzug oder beziehungsweise in der Aktion macht er mir dann direkt das Tor, da dachte ich mir echt nur so, bruh, was ist das, Leute, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal hattet, dass die Mauer einfach mal bei der Mittlauflage gestellt wird, was soll das, Alter, das passiert maximal so 30 Meter vorm Tor noch oder so, aber doch nicht bei der Mittlauflage, what the fuck, naja, Leute, das war's auch schon wieder mit dem kurzen Video, ich wollte euch das einfach mal nur zeigen, weil es mich einfach unfassbar abgefuckt hat, ich hab das Spiel zum Glück dann noch gewonnen, stehe im Moment tatsächlich sogar 9 zu 1, also für meine Verhältnisse extrem gut, und ich werde demnächst natürlich auch weiter streamen, die Weekend League, ich hab nur jetzt auch mein Zimmer umgeräumt, pipapo und so, aber ich wollte euch das unbedingt zeigen, weil es mir gerade jetzt passiert ist und ich dachte mir nur so, hä, was ist da los, was ist da los, ja, das ist so komisch einfach nur, schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal hattet und da war's auch schon wieder mit dem kurzen Video, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und habt immer high hopes und ciao. Und dann geht's mal wieder.